Ich weiss nicht, was ich getan habe. Ich hoffe, ob dieses Spiel dafür irgendetwas vorsieht. Ich hab irgendwie Angst auszusteigen. Willst du mal aussteigen? Bist du jetzt wieder oben? Nee, aber ich seh dich nicht. Du wirst über mir angezeigt. Da hinten ist ein Block. Das ist ein Block in der Luft. Ja. Du wirst auch über mir und unter mir angezeigt. Jetzt habe ich den Boden erreicht. Ja, da habe ich gerade eine Explosion gesehen. Ah ja. Ja. Ich hab 5.000 Dollar. Ja, das... Hat sie Früste gesagt? All of the cruel kids are doing it. Was? Hyperion übernimmt keine Verantwortung... Nein! Ich hab mir ein Auto gespawnt, bin losgefahren. Das ist sofort wieder passiert. Hier. Nein! Hyperion übernimmt keine Verantwortung für durch die Rekonstruktion erzeugte zusätzliche Finger, Arme oder Brüste. Toll. Ja. Ja. In Zukunft lässt du mich fahren. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ah, ich wollte es ja bisher nicht anmerken, aber... Wenn du... ...meinst. Ha! Und wieder tot. Ich hatte das Problem bisher noch nie. Bist du Hostos? Ich bin nicht gegründet, Kustos. Ich bin nicht gegründet, Kustos. Ich bin nicht gegründet, wie es sicher ist, zu laufen. Ich habe mich nicht gegründet, als ich nicht gegründet habe. Ich habe den schönen Jack. Hyperion kann post-mortale Frustration in post-mortale... äh... Freuden umwandeln. Das ist jetzt auch das andere Auto genommen. Auch wenn sich das Auto dreht. Äh... Hat es das bei dir auch gemacht? Ja. Steckt es auch im Boden bei dir? Nee. Bei mir steckt es halb im Boden. Bis zu den oberen Reifendingern. Ich sehe nur die oberen Reifen. Ich habe immer geslidet gerade. Ich habe mich nur gedreht wie auf Eis. Ja. Wenn ich einsteige, slidet es weg. Okay. Was soll denn das? Ich weiß nicht. Ich habe ein Update, oder? Keine Ahnung. Also es scheint, wenn die Zungen auf den Boden kommen, rutschen die durch. Ha! Wetter ist Rang 5. Ich weiß noch nicht mehr welchen. Vorsicht, welches der letzte war. Kein Schimmer. Ist das nicht mit angezeigt? Wie tun wir das nicht? Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich werde nicht entschuldigen, was ich gesagt habe. Aber es ist nicht so gut. Ist der Spider-Ling auch in der Luft? Ja. Wie? Sehr viel Wettbewerb. Wir haben eine Sanfte-Ling-Marschule. Wir werden auf der Platz und die Zaffirits und Hodungs immer so lange dauern. Ich weiß nicht. Ich bin so lange. In der Zeit, die Zaffirits und die Hodungs kann nur so lange dauern. Wo müssen wir hier denn hin? Hinten ist wieder so... Nein, kannst du bei sein. Du kannst doch jeden vorbei. Sofort abspringen. Ja. Ich benutze die Slide-Taste nicht mehr. Welches ist denn die Slide-Taste? G. Was? E? Nein, G wie Gustav. G. Leide damit nicht. Nicht? Meinst du das mit Slide? Ah, das ist ein... Das ist ein Tackle. Kann das sein? Das wird zumindest erklären, aber... Das ist bei mir nämlich die ganze Zeit dann. Wenn ich nämlich die Kamera rumdrehe, mache ich so einen Slide. Nee, du musst das schon gedrückt halten. Mach das aber die ganze Zeit. Sollte aber nicht so sein. Ja, dass du so ein bisschen slideest, aber nicht dauerhaft. Ja. 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 Oder? Obwohl, der hat einen lustigen Schnurrbart. Aber die haben nicht mehr... Aber die anderen haben so einen... Spielautomat. Die haben SMGs. Schießen wir die Rennfuzzis? Okay. Oh! Es ist Gott, der Wunderschöne! Farewell! Und jetzt... Oh! Warum haben wir eigentlich nicht beide erschossen? Das geht natürlich nicht. Uh, gibt eine super SMG mit Slack-Schaden. Eine gute Entscheidung. Schau mal hier. Das ist mein normales im Kreis fahren. Es leidet so ein bisschen, wenn du zu weit machst. Aber dann immer nur kurz. Jetzt halte ich noch G dabei gedrückt. Dann sehen hinten auch die Lichter. Und er rutscht die ganze Zeit. Und er kann gar nicht mehr fahren. Merkst du einen Unterschied? Ja, aber... Das eine ist, wenn du zu weit zur Seite lenkst, rutscht der ein bisschen. Das andere ist, immer mit angezogener Handbremse fahren. Ich hab das nicht. Wenn du G drückst, gehen auch nicht die Bremslichter an? Nein. Ist das unbelegt? Ah, ich hab ne Idee. Warte mal. Siehst du denn bei mir die Bremslichter angehen? Ja. Ja. Die Granatentaste. Ah, okay. Das meinte ich mit Sliden. Puff. Das sah gut aus. Und ich hab's auf Video. Da ist Steve. Hey! 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 Switch!